Ein bayerischer Unternehmer plakatierte Grünen-Chef Rekader Langer als Dampfwalze. Das ist nicht besonders charmant, vor allem nicht für die Dampfwalze. Die weisungsgebundene bayerische Staatsanwaltschaft München von Markus Söder sah darin den Tatbestand der Beleidigung politischer Persönlichkeiten in vier Fällen als erwiesen und ordnete Hausdurchsuchungen an. Hausdurchsuchungen! Der Unternehmer wurde wie ein Terrorist behandelt. Wegen eines Plakates, eine Hausdurchsuchung, die schärfste Waffe der Justiz? Zudem solle der Unternehmer 6000 Euro Strafe zahlen. Das alles ist in Bayern eines Herrn Söder unter seiner Ägide seiner Staatsanwaltschaft möglich. Der Strafantrag kam persönlich von Annalena Baerbock, die sich auch auf dem Dampfwalzenplakat abgebildet beleidigt fühlte. Die erste Frage ist, kann man Baerbock beleidigen oder ist die Dame Beleidigung für alle deutschen Bürger? Die zweite Frage ist, kann Baerbock tatsächlich einen Strafantrag persönlich stellen, zumal ihre grammatikalischen Kenntnisse der eines Kita-Kindes gleicht? Das heißt, der Terrorist wird nicht gefilzt, der Korruptionist wird in Bayern bardoniert und hofiert. Der, der gegen Grüne austeilt, die Berufsqualifikation der grünen Politiker öffentlich mit seinem Hundvergleich, die Umweltministerin der Bundesrepublik Margot Honecker nennt, politische Parteien als Nazis bezeichnet, ist Ministerpräsident in Bayern. Seine Justiz verfolgt hingegen nicht ihn, sondern einfache Bürger. Weil er sich nicht traut, privates Geld für Zivilprozesse in die Hand zu nehmen, instrumentalisieren er und die politischen Eliten die Judikative des Landes für ihre parteipolitische Drecksarbeit. Wöchentlich werden zig Bürger durch die Staatskanzlei bei der Justiz angezeigt. Am Justizminister des Freistaates vorbei, dirigiert der Ministerpräsident direkt in die Staatsanwaltschaften. Das nennt sich Amtsmissbrauch. Frage für Juristen. Wenn Orban das machen würde, was würde Söder dazu sagen? Wenn Putin das macht, was würde Baerbock dazu sagen? Faktum ist, in Deutschland wird von der Politik selbst die Meinungsfreiheit attackiert. Ja, Deutschlands Establishment versucht, die Grundrechte der Bürger zu beschneiden. Gottlob gab es in Miesbach einen Richter, der dies nicht zuließ. Er sprach dem bayerischen Unternehmer frei. Ob er, der Richter, im Freistaat noch Karriere macht, wage ich zu bezweifeln. Aber Mut und Ehre kann man eben nicht kaufen. Entweder man hat sie oder eben nicht. Der Richter hatte sie.